Hey Leute, willkommen zu einem anderen Video. Heute sind wir wieder in Notruf 1 hin. Das war die Feuerwehr-Semulation 2 in der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist nicht, aber was euch gefällt. Und ja Leute, wir fahren zur Feuerwehr und gucken uns die mal besser an. Leute, das ist mein dritter Aufnahmenversuch, weil immer der blöde Einsatz verbuggt war. Entweder hat so ein Typ nicht geschafft einzusteigen, oder weiß ich nicht mehr. Und jetzt, beim dritten Mal, ist er nicht mehr weitergefahren zur Wache. Also lasst mich ein Abo da, falls euch gefällt. Ich habe gerade Einsatz reinbekommen, Leute. Leute, war mit dem Einsatz ein kleines Flächenbrand, Leute. Ah, siehst du, was? Oder, Leute? Ein kleines Flächenbrand. Oh, hoffentlich muss ich nicht gleich im vierten oder fünften oder keine Ahnung, wie viel Aufnahmenversuch machen. Leute. Ja. Okay, Leute. Meine Stimme gibt jetzt auch schon auf. Ah, das ist schon mal ein guter Anfang. Ah, und wie man da oben links sieht, da laufen zwei Leute entspannt da oben, wahrscheinlich vor dem TLF. Hm, geht. Hm. Geht los, Leute. Das vierte oder fünfte Mal, keine Ahnung. Hm. Hm. Mehrere Rauchsohlen. Geil. Also, Kleinflächenbrand hätte ich jetzt nicht gesagt. Da brennt ja eigentlich keine Fläche. Ja. Egal. Wir haben mal, was das Spiel sagt. Ah, besser gesagt, was die Leitstelle, Gruppenführer oder so sagt. Hm. Geh. Da sind wir. Hm. Geh. Was dürfen wir machen? Leute, meine Stimme wird immer schlimmer. Das geht doch nicht. Ey, Gott. Geh. Es brennt. Und der läuft erst mal mitten rein. Ah, wie geil. Hm. Da. Darf ich hier helfen? Darf ich hier helfen? Hm. Ja, komm, lassen. Lass mich Bischlauch nehmen. Ich will Bischlauch nehmen. Hm. Ja, Leute. Bischlauch. Leitst du Müllheim von HLS1? Kommen. Warum denn den? Ich will Bischlauch nehmen. Hä? Das A, das TLF kommt auch? Hm. Ich dachte nur, das HLS rückt aus. Was mir, das TLF auch mitkommt. Geil. Oh, wahrscheinlich wird es nicht geil. War wahrscheinlich. Mitten in der Folge. Irgendein Bug kommt. Wenn ich eigentlich nie freiwillige Feuerwehr. Weil ich spiel es endlich mal an. Geh, Leute. Ja, lasst jetzt. Okay, ich mach kurz einen Cut. Leitstelle Müllheim von HLS1. Kommen. Hier, Leitstelle Müllheim. Kommen. Weitere Lagermeldung. Rass unter Kontrolle. Einsatzstelle wird weiter erkundet. Also, wir dürfen abrücken. Also, einpacken und dann abrücken. Und wie sieht es aus? Ist da noch was oder nicht? Anscheinend ist da noch was. Geh, Leute. Ich werde einmal näher dran gehen. Oh, da brennt es ja noch richtig. Was hast denn du gemacht? Du hast ja da gar nichts gelöscht richtig. Geht ja gar nicht. Ah, Leute. Der macht... Einen... ...guten Job. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt sagen soll. Ja, Leute. Ich habe kurz noch mal das Amt nicht für diese gute Folge gemacht. Ja, Leute. Ups. Ich habe meine Maus rumgeschmissen. Okay. Was machen wir jetzt? Ah, Leute. Guckt euch an. Deswegen finde ich das coolste Auge. Aber es sieht einmal so cool aus. Oh, wir dürfen was machen. Wo? Da. Leute. Wir dürfen was machen. Auch wenn es nur Gerätewache schließen ist. Wenigens etwas. Hm. Darf ich das zurückstellen? Oder... ...macht das einer von euch? Du machst das. Ich sehe dich. Geh. Wenn ich mein Auto habe, ja, dann habe ich jetzt auch abhauen. Okay. Dann setz dich mal. Hm. Jetzt. Der ultimative Moment. Wird es einen Bug geben. Also wenn er so wie jetzt weiterhin fährt, dann wird es dir einen Diven Bug geben. Wenn es weiterhin so blöd fährt. Dann setz dich mal auf. Wir müssen ein. Kommen. Hm. Hm. Ich gebe es ja noch kein Bug. Okay, Leute. Ich hoffe, dass wir so bleiben, denn ich... Nein, das wollte ich nicht drücken. Das wollte ich drücken. Okay. Aber wir sehen uns bei der Wache. Leute, guckt mal, wer vorne steht. Da ist ja das... ...TLF. Das TLF ist vor uns. Wie geil. Leute. Nach drei oder mehr Versuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft das war. Wir sind bei der Wache. Jetzt muss nur noch das Nah-Außer-Fahren und ins Bett-Lägen funktionieren. Ah, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder. für den Abschluss. Ein erfolgreicher Arbeitstag. Okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei dem Lehrgang, den ich gerade akzeptiert habe. Ah, Leute. Die nächste Folge wird Lehrgang und vielleicht auch Einsatz geben. Werden wir dann sehen. Ah, Leute. Tag auf mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao.